Moin Leute, Bonjour. Darf ich vorstellen, Le PSA 1,5 Liter Blue HDI. Den Kollegen kennt ihr vielleicht, denn seitdem der PSA-Konzern Opel übernommen hat, kommt dieses französische Schätzelein nicht nur in dem ein oder anderen Peugeot vor, sondern auch in dem Auto mit Blitz. Blitzschnell gehen ehrlicherweise die Reparaturen am Riementrieb nicht. Ihr müsst da schon auf ein paar Dinge achten, was natürlich auch wieder Zeit kostet. Auf was genau ihr achten müsst, das zeige ich euch jetzt. Und zwar en detail, wie der Franzose sagen würde. Damit seid ihr bei der Montage auf der sicheren Seite. Und das ist wichtiger als Tempo. Alles klar? Dann los. Hier habe ich den 1,5 Liter Blue HDI 130 mit 96 kW aus einem Peugeot 5008 aus dem Modelljahr 2018. Wir haben hier die Motorkennung DV5 und einen Wechselintervall von 180.000 km 10 Jahren. Ihr benötigt dafür unseren Zahnriemen CT1230 und die Toolbox V03. Ihr habt hier einen Zeitaufwand von 1,9 Stunden. Ihr müsst im Vorfeld den Unterfahrschutz, den Keilrippenriemen plus Spanner, die Zahnriemenverkleidung, das rechte Vorderrad und die Radhausschale rechts ausbauen. Dann haben wir hier noch das Motorlager und die Kuppelwellenriemenscheibe. Und dann geht es an Steuerzeiten einstellen. Nachdem ihr den Zahnriementrieb freigelegt habt, schraubt ihr die Schraube der Kuppelwellenriemenscheibe wieder ein, dreht den Motor in Drehrichtung, sodass wir unsere Steuerzeiten abstecken können. Und dazu müssen folgende Markierungen eingestellt werden. Einmal hier an der Hochdruckpumpe, am Nockenwellenrad und auf dem Kurbelwellenrad und letztendlich nochmal unten am Getriebe. Achtung, bei diesem Motor müsst ihr aufpassen. Wir haben hier ein magnetisches Sensorrad. Das darf nicht beschädigt werden, sonst muss es ausgetauscht werden. Ihr habt die Steuerzeiten jetzt korrekt eingestellt. Jetzt geht es ans Bauteile tauschen. Dazu löst ihr die Mutter der Spannrolle, entspannt den Zahnriemen und nehmt diesen ab und könnt dann die Bauteile ersetzen. Beim Verbau der Spannrolle achtet ihr auf die spezielle Einbaulage. Wir haben hier einen Nocken. Das heißt, die Spannrolle muss hier mit dem Fenster über diesem Nocken sitzen. Den neuen Zahnriemen legt ihr beginnend am Nockenwellenrad im Uhrzeigersinn auf. Nachdem ihr über die Wasserpumpe gegangen seid, geht ihr erst über die Kraftstoffhochdruckpumpe und ganz zum Schluss über die Spannrolle. Um den Zahnriemen korrekt einzustellen, entfernt ihr jetzt die Arretierungswerkzeuge und spannt die Spannrolle gegen den Uhrzeigersinn am Exzenter, bis der Pfeil am oberen Anschlag anliegt. Nun dreht ihr den Motor sechsmal in Motordrehrichtung durch, stellt anschließend die Steuerzeiten ein und stellt die Zahnriemspannung genau auf mittig des Fensters ein. Nun entfernt ihr wieder die Arretierungswerkzeuge, dreht den Motor erneut zweimal durch und kontrolliert die Spannung. Die Steuerzeiten müssen passen und der Zeiger der Spannrolle muss mittig im Fenster stehen. Wenn das alles passt, könnt ihr den Motor in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und das Ganze kompletieren. Ihr zieht die Umlenkrolle mit 35 Newtonmeter fest, die Mutter der Spannrolle mit 30 Newtonmeter und die Schraube der Kurbelwellenriemenscheibe bekommt 35 Newtonmeter plus 190 Grad. Bevor ihr dies Schätzchen wieder auf die Straße lasst, denkt an unser Qualitätssiegel. Verklebt unseren Wechselaufkleber gut sichtbar im Motorraum, damit euer Kunde sieht, dass ihr Qualität verbaut habt. Bevor ihr geht. Jeb gegen Schäu Die Schäu Was bei Wollen Was bei Wollen Vielen Dank.